Wenn ich in Christus bin, gibt es keinen Verdammnis. Wenn ich in Christus bin, gibt es keinen Tod. Wenn du glaubst in deinem Herzen, wirst du auch gerettet sein. Wenn er hat, es muss ja gesagt, wenn du seine Gebote liest. Aus ganzem Herzen wirst du jeden Tag hoffen, auf sein Segen. Er wird dich nie enttäuschen und nie verlassen dich. Er wird immer ihr sein. Bald wird er kommen und holen vor seinem Zug. Ja, in den Himmel, ins Heimathof. Er ist nah und er kommt bald. Mach mich hell darauf bereit, dich zu treffen in der Ewigkeit. Ja, in den Himmel, ins Heimathof. Er wird dich nicht und er macht. Das Er ist nicht.